Ein anderes Bild der schwarzen Community zu vermitteln, ist eines der Anliegen des afrodeutschen Michael Küppers. Der Historiker gründete zu diesem Zweck die Eventagentur für transkulturelle Konzepte und multimediale Realisation, Cybernomads. Seine neueste Idee, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik können schwarze Menschen an einem Literaturwettbewerb teilnehmen. In einem modernen Café in der Kastanienallee in Ost-Berlin erzählt der smarte 30-Jährige engagiert von seinem Vorhaben. In Deutschland gibt es eigentlich nichts, das sich auf schwarze Literaturkultur fokussiert. May Ayim ist einfach die herausragende Schriftstellerin der Black Community Deutschlands. Mit der Ausschreibung des Literaturpreises May Ayim für die Bereiche Lyrik, Prosa und Multimedia konkretisiert Michael Küppers eine Idee, die er unermüdlich seit mehreren Jahren verfolgt. Die Unterstützung und direkte Förderung von Produktionen schwarzer Autoren und von Themen aus der schwarzen deutschen Realität. Die besten literarischen Arbeiten werden in einer Publikation des Orlanda Frauenverlags in Berlin veröffentlicht. Und die Gewinner erhalten eine Plastik. Black Germania heißt der Preis. Der Name Germania im Titel. Ist das eine Provokation oder eine Abrechnung mit der deutschen Vergangenheit? Tazitus zum Beispiel hat, als er die Germanen besucht hat, schon Spuren des Isis-Kultes gefunden. Und der Ansatz, der hinter der Zusammenführung von Black und Germania steht, ist einfach der, die Nazis haben Germania für sich besetzt. Aber der Begriff reicht eigentlich viel, viel weiter zurück. Ist ein mythischer Begriff. Und da wir als in Deutschland lebende Mitglieder der Black Community auch Teil der deutschen Kultur sind, ist es einfach der Versuch, den Begriff auch neu zu besetzen. Bei den insgesamt 100 Einsendungen sind auch Arbeiten von Schwarzen aus England, Frankreich, Kanada, den Vereinigten Staaten und aus Südafrika dabei. Und weil schwarze Literatur oft auch gesprochene Literatur ist, sind ebenfalls viele Künstler dabei, die mit Performances, Filmen oder Poetry mitmachen. Die fünfköpfige Jury, die sich aus schwarzen Wissenschaftlern und Multimedia-Experten zusammensetzt, trifft in diesen Tagen ihre Entscheidung. Ob die Preisverleihung sich wiederholen lässt, hängt von der Akzeptanz des Wettbewerbs und von der Finanzierung ab. Egal was kommt, Michael Küppers ist zuversichtlich. Es wird nicht mehr so leicht sein zu leugnen, dass schwarze Menschen auch in Deutschland in der Lage sind, ihre eigene Kultur zu produzieren. Generell würde ich sagen, dass zur Zeit ein sehr guter Zeitpunkt ist for the making of history. History in the making. Das heißt, wir haben relativ viele Chancen, erstmalig wirklich in den Hochkulturbereich in Deutschland einzudringen und da auch eine Spur, einen Trace zu hinterlassen, der einfach nicht mehr weglich war. unter Amen.